weil ich dem freund schon geschrieben hab ja viel spaß seid nicht so laut und so was dann ist ja auch mega sinnlos dann kann er ja wohl dota kommen ja jetzt ist er auch dabei hat er gesagt aber jetzt sind wir ja fünf oh shit jetzt habe ich es vergügt schade ja ich weiß ja nicht was ich spielen wollte ich carry ok wir haben schweilen hm soll ich denn wieder auf die offlane das machen wir auch mhm vielleicht sind das mafs dabei das weißt du ja nicht ach gadegott ja komm ja komm ja 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 welcher du ja ja Ach man... Ist das voll irgendwie... Klar. Terrorbait ja... Unklar. Schöter Feind. Ärgerlich. Ich werd nicht mehr. Muss wirklich das Halt ablaufen? Ja... Ablässung Zeit. Ah ich bin Anti-Match glaube ich. Ja. Wir haben ziemlich viel das Able. Wir Able und Big Able geht eigentlich auch. In Void spielen ist auch geil. Bildschirmtastatur. Void ist mega. Mann... Ich schreib zocken dann. Oh nein... Jedes Mal irgendwie. Influencer natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Wtf. 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 ja its wirklich fucking Phantom Lancer ja. Wtf. Wtf. Oh nein, mit ihm nicht. Warte. Ich hoffe, wir verkehrten nicht ganz zum Early, ich gehe auf Battlefury, denke ich mal. Je nachdem wie jetzt der Farm läuft, aber mit einer Tri-Lane sollten wir eigentlich eine safe Farm haben. Ja, willst du wirklich auf Battlefury gehen? Ja. Was? Ich will ja erstmal sehen wie die Lane läuft, also ich entscheide es dann. Ich wäre ein Fan von Nathuri in Mask of Madness, into Mjölnia. Der Mom baue ich sowieso vorher. Jolnia ist auch geil. Vielleicht bedingt es auch gar nicht so verkehrt. Gegen Phantom Lancer ist es, ich weiß nicht, naja wie es ist alles so. Soll ich dann eine Radiance gegen Lancer bauen? Ja, auf jeden Fall. Ja, nein. Du musst aber keinen Farm kriegen. Naja, es kommt doch an wie es läuft, musst du halt entscheiden wie es läuft. Also ich glaube nicht, dass du so bis kein Stehen soll bist. Aber weil du so laut nehmen musst. Ja. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ich sage nicht sterben, aber dafür fun. Wird schon. Ja. 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 Wenn ich ihn nochmal erwische, ist er so gut wie hinüber. Wenn ich dann noch einen Hit bekommen würde auf ihn. Das ist eine gute Frage, aber das war in dem Fall gar nicht mal das Schlechtes, aber das ist der Tower, glaube ich, so ein Eiderland. Der Letzter war hier. Ah. Du kannst hier in der Schlauung, bitte. Ah. Ja, und sind wir auf Jure King? Außer allen. Fuck, 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 fuck. Also der war ein bisschen greedy. Sehr greedy, ja. Der ist auch schon das zweite Mal kurz vorm Tod. Ja, Rubik auch. Wir sind in agreement. Hm. Okay, ich kann damit leben, wenn es so weiter geht. Dang it. Ich kann halt nichts machen außer meine Aura ausstellen. Ach, komm, den Rubik. Rubik, der ist großartig. Ich hab keine Ahnung, dass du sagst. Hey, sorry. Nein, ein Hit. So, what if I swagger? Nicht zu greedy, wie gesagt. Dive nicht zu doll. Ja. Ah, wir... Okay, auf keinen Fall unter uns. Wo ist das? Guck mal, das passt doch. Der ist Level 1 immer noch. Ja. Ja. Hol mal bitte einer. Ja. Lächeln langsam. Ach, geh mal bitte. Behold the Wraith. Fiff. Siehst du mit SS aus? Kann ich scharten? Uh, kann ich scharten? Ja, aber ich hab nicht... ...über... Pull the lane kommt jetzt eigentlich wieder. SS2, fuck. Oh, ich hab Double Damage. Oh, ja. Cool. Jetzt kannst du wieder. Hm. Blablabla? Oh, mich auch nicht. Du fährst im Busch. Okay, davon krieg ich nichts mehr. Weit ich nicht. Prob ich das nach Level 1. Ah, jetzt? Ja. Seid ihr denn, ihr könnt nie... niemals beide... Achso, das ist... Ja, ich hab's noch so cool. Ich hab's noch so cool. Ich hab's noch so cool. Ja, ja. Hm. Hm. Ich hab's noch so cool. 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 Allein könnten wir uns eigentlich auch holen. wie... Aber... Ich hab's noch mal drunter. Es ist ein Problem. Ich hab's noch Level 2. Und ich hab's noch mal drunter. Nein, da jetzt echt Also der Laien war jetzt echt dämlich Und ich krieg beide Ruh Wow, Glück gehabt, dass ich da in dem Moment so viel Mana hatte Ach shit Ja, das auf jeden Fall Warte, ich gehe mal kurz, ich gehe nämlich an Ich weiß, wo eine Katapult ist Ja, ich lasse mal Kuka raus Ich bin hier, aber ich bin hier gar nicht Klar Oh Klar, kein Fest, wo man ihn braucht, ey Nein, kein Klippmann Wokka fest? Ja Wokka, bin ich in Wokka? Ja, in Wokka, ja Ich habe gerade eins gehabt, dass du dann so groß bist Wokka Ja, so viele die Wokka noch nicht Ah, du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst, du brauchst Katsch Kann ich mich wagen? Dankesch Der Lion fehlt gerade. Ja, da ist die, äh, Frauentick, ne? Nö, die hatte ich halt. Wir können die gleich einfach wegrunnen. Pull mal ruhig, ich muss angreifen, dann muss ich eben wieder drücken. Fetch, machst du? Ich hab' hier noch Farrowin, ich werde helfen. Shit. Pullen? Ja, ich pullen. Äh, ich glaub' ich hab'n Problem. Ah, es geht noch. Wir müssen reingehen. P.L. ist gleich Level 6. Dann wird's hier oben schwerer. Ich hab' gepolt. Ja. Hallo? Man muss hier noch rüberziehen, wenn du jetzt hier nur ein Camp machst, dann kommt die nächste als Doppelwave. Also entweder vorher stacken, genau, oder halt hier rüberziehen. Mach mal. Weiß nicht. Ja. So, nice. Ich muss die scheiße direkt pushen. Guckst du da, ne? Eigentlich. Ah, da, da. Oh, ich komm', cool. Ich hab' nicht mehr. Cool. Sorry, aber... Ich weiß nicht. Ich hab' keine Ahnung, ja? Ich hab' nicht mehr raus. 헉, komm' schon. Ah, komm schon. Ich hab' nicht mehr raus. Ja, aber ich hab' nicht mehr raus. Oh. Glaub' nicht mehr raus. Ich hab' nicht mehr raus. Na, da, das ist voll. Ja, aber... So. P.L. ist Level 6, das wird jetzt hier schwer. ja aaaaaah shiit 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 tschiit shiit shiit dring it komm 2 shiit geh noch cool noch mal nee brauchst du mich rest ihn mal ruhig, also greif ihn mal ein bisschen ff pl failed, lion failed bitte failed also unten auf zurück ist egal, back aaa lion aaaah aaaah Oh, den bekomme ich nicht. Ich glaube, der holt gerade die Rune. Ich hab gleich Bruno abgefunden. Der kommt. Wir haben schon wieder Wards im Lager. Wir sind zu viel tief rein und wir sind auch tot. Das war so dumm. Ich konnte nicht. Ich bin nicht herangekommen. Nein, ich hab die ganze Zeit gedrückt. Das ist einfach viel zu dumm. Der reinklittert mich gerade. Das ist voll riesig dämlich. Ich hab keinen Bild für Wort. Wer ist hier oben? Level 9. Bei mir gehts eigentlich ganz gut. Level 9. Lancer ist Level 8. Ich wüsste, dass ich das Original wüsste. Ich sehe dich. Aber du bist seitdem. Ich sehe dich. Jetzt kommt auf. Damit und du dich dasum. Das ist viel zufällig. Ist happening to your top tower! You're heading for dead water! Komm schon. Was ist das denn? Ja. So. Lanza ist raus. Sorry. Lame, der hat ja diese eine Dive-Aktion, die so dumme hat und sie denkt, alle kommen jetzt verloren. So bitter eigentlich. Echt zufried? Wir diese Kacke gemacht haben, ja. Boah. Bunker hat sich viel bekommener. Wann denn, ey? Oh, ich bin ruhig. Lan und PL sind wieder hier oben. Warum ist unser Kuriertod? Keine Ahnung. Freue ich mich auch gerade. Ah, ich geh jetzt. Jungle nun. Weg unten. Weg unten. Weg unten. Weg unten. Weg unten. Ja, was ist das denn? Was tue ich denn? Er wird nicht bei ihm ein Schick. Weg unten. Weg unten. Weg unten. Weg unten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist er echt? Was ist das? Was ist das? So viel hat der Kunker doch noch gar nicht. Ja, der Kunker vielleicht nicht mehr. Oh nein, das ist ein Kunker. Das ist ein Tank in der Welt, Ballast. Das tut schon nicht gut. Ja, glaube ich. Können wir Vision bekommen unten in den Bereichen? Ja. Shit, man. Sehr schön. Just wait a minute. Macht der jetzt seine Cheats an, oder wie? Zwei Leute bei mir. Grün ist auch noch, Shadow Fiend ist auch bei mir. Der steht hier. Der aber die ganze Zeit nicht mehr mit hin. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du straight hier in den Jungle rein spinnen? Ja, ja. Ja. Kannst du nicht mitgehen, oder wie? Ja, warte, vielleicht krieg ich da eine Krono hin. Äh, er steht hier, glaube ich. Äh, komm hier gleich hin. Also ich spring quasi jetzt, äh, hier rein, im Jungle. Und dann wieder raus, ha? Ja, ich hoffe, dass ich dann Krono kann. Vielleicht kannst du dann... Ja. 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 Ja, vielleicht hat er seine Cheats angemacht. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vielleicht gleich der geiler... Ja, ja, okay. Vielleicht krieg ich gleich beide rein, das wär natürlich nicht mal. Mal doof zeigen, was sie sind. An Baden sind sie, nein. Ja, ja. Ich hab einen. Ja komm, ich bleib hier. Egal, ob du nicht ganz fährst. Ja. Und schon jetzt ist der Tower. Vielleicht können wir nicht endlich dabei. Die Skelette tanken für mich? Top Tower könnte fallen. Oh, der Kunker hat ein Amlet. PL kommt hierher. Ja, komm, bitte. Komm, bitte. Komm, bitte. Der hat schon gefühlt der Blade. Ja. Was ist das? Dyer fortifizierte ihre Strukturen? Ja, wir sind zu dritt oben. Ja, wir sind zu dritt oben. Komm, bitte. Das ist das schon. Ich halte hierher. Dyer fortfühlt das zu dritt oben. Was ist da drin? Was ist da drin? Na ja. 5-4-5-3-2-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1. Ah! Willst du wenigstens Zifu? Ja Nein, da kommt ein Bein, da kommt ein Bein Ja, du fällst auch nicht Solange ich irgendwas treffe kann ich das Armlet anlassen Okay Das ist alles gut Ich hab jetzt ne Illusion Jupp Wollen wir mal gucken Wenn wir was machen können Das ist ne Illusion Das ist ne Illusion Wollen wir mal gucken Das ist ne Illusion Das ist ne Illusion Das ist ja echt gewesen Das ist ne Illusion Das ist ne Illusion Ich glaub die R kommt hier rein Ich glaub die R kommt hier rein Ich glaub die R die kommt zu mir Ja, hab ich mir gedacht Das ist ne Illusion Das ist ne Illusion Ich bin aufm weg Wollen wir nicht glauben Wollen wir nicht glauben Ne, ne, alles gut, mach' ich mach' einfach weg Schau' einfach weg Fuck Fuck Ne, der ist auch Ne, er ist nicht dort Ne, er ist nicht dort Ne, er ist nicht da Ich hab' den Land aufhören Ich hab' den Land aufhören Ich hab' den Land aufhören Ich hab den Rubik bekommen, aber den Laien nicht. Der ist davon gekommen mit Abschluss 2 AP. Ganz ärgerlich. Hier, hier, kannst du auch ziehen. Oh, ich bin rausgetabt. Au. Und weg. Weg, 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 weg. Au, der ist weg. Ah. Ich hab den Wunsch wieder holen. Bei Wads und Neid. Da hängt man eine Wads und eine Aga nicht drauf. Soll ich die Aga nicht mitbekommen? Ja. Ich hab schon mal... Ich hab schon mal... Boah. So ein Dreck. Ah, shit. Ah. Okay. 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 So ein Dreck. 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 Sehramped. So ein secrets ist mal weggekommen. ohne schalte was hat er denn schon sein zepter ein legt mich mein gott ich hab das dabei aber ja das ist da ich bin hier weg oh nils ripp ah nils ripp ripp ok ok ich muss los ich bin hier du hast doch die 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 Das war ein easy kill Ja ja Ja, schreien Nein Mann Ganz schön Hopp Ja 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 Haben wir uns den K. einmal nicht gekriegt? WK? Ganz zu fett. Wir müssen weiter tun. Wir müssen mal die Papiers untermachen. Super. Arme. Wunderschönen. Ich habe auch gedacht, dass wir von der Echte der Röger abseits sind. Aradians brauche ich auf jeden Fall noch. Ich hatte natürlich noch keinen Scepter. Ich habe auch noch keinen Scepter. Wieso denn? Shit, Mann. Damit du sein Streife spielst, dann hätten wir die Echte gewonnen. Nein. Das war's. Guck mal. Und wie die Schweine sind. Hätte ich das gewusst und hätte die Blade mir vorher aktiviert. Ich habe mir vielleicht für zwei Minuten meine Ulti weggekloppt. Ich bin mir zu zweit. 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 Wir sind in den Spielen. Wir machen hier noch nichts. Das ist eine Röger von der Spirit. Nein, nein, nein. Das ist es ein K. Oh, komm, 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 komm Du bist so großartig, oder? Ja, natürlich Das ist ja nicht da. Nee, das war auch nicht. Ah, der ist ja nicht da. Oh, shit, man. Oh, mein Gott, man. Warum? Ja, weil es ja alles Werbs sind, Mann. Shit, Mann. Shit, Mann. Oh, shit. 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 A Lion Kill war es irgendwie nicht wert. Welcher? for god sake Da war auch keine Megas. Behold your king. Keep your thoughts to yourself. Behold your top shrine is under attack. Behold your top shrine is under attack. Graves, your king is here. What are you afraid of? It's not a fight. Behold the wraith. Rubik double damage. So what if I swagger? Did I give you permission? Your top shrine is under attack. I walk among you. Who's in charge here? I'm always at my best. Your bottom shrine is under attack. I'm your king. Hm 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 hm. 3-8. Okay, it's all on charge. So yeah it'll charge. I love charge. ności. A king's ascension. ja komm schon man ja ist egal, lass dir doch, wir müssen treffen tis your honor wise counsel be not timid mind's under attack new suspects anything so was, der hat immer noch nicht ein Zepter der ist ja perfekt für eine Krono an oh wahrscheinlich ist er noch nicht reingekommen wegen seinem ganzen Mist und jetzt frisst er schon wieder meine mana weg und ich bin noch nicht level 20 der 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 das dass egal Nullerfeier auch noch jetzt will der den jetzt grad wieder das ist aber auch schon krass dass seine shadowfind soviel items hat ja aber der hatte ja das zepter schon eine halbe ewigkeit Junge, 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 Junge das gibt's einfach nicht, das gibt's einfach nicht For fuck's sake